Ich habe gerade beim Leveln eine Waffe am Boden gefunden, der Henker mitten in einem See hier drinnen. Ich nehme sie mal auf, eine Spezialwaffe, ich hoffe mal ein Handy. Wir sind hier auf der Karte, wir haben die Quora-Mission, da ist der alte Konverter, da unten ist das Depot. Weiter rauszoomen kann ich nicht, hier ist der Vulkan. Hier auf der Karte sind wir. Und wo ist der Henker? Hier, Zweihand, natürlich. Alles was ich gerne spielen würde. Ich kann es nicht mal aufsetzen. Eine Zweihandwaffe, der Henker. Ich bin nicht gut genug. Ja, ein Hieb, ein Kopf kürzer. Hier nochmal auf der Karte.